Du hast nix einstecken mit zwei Lehrmeister, oder? Wie zwei Lehrmeister? Irgendein Rüstungsteilring mit plus zwei Lehrmeister. Achso, okay. Resistenz, Bewegung, Resistenz, Initiative. Nee, reflektiert. Nahkampfschaden. Brauchst du Kettenarmschienen, die Nahkampfschaden? Kettenarmschienen? Meine machen 20 Nahkampfschaden als Stichschaden. Reflektierend. Ja. Und meins hat 53. Achso, du brauchst Stärke 9. Nee, vergiss es. Ich hab keine Stärke. Nee, du hast keine Stärke. Kleines Knochen-Totem. Achso. War das mal kleines Knochen-Totem? Ja, das ist doch das, was wir aus der Jägerschneide von dieser Einsaufwand genommen haben. Ich mein, Knochen-Tot? Vielleicht kann man hier irgendwie rumtricksen? Hm. 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 Hm, hm, hm. Magst du dich mal mit hier hochstellen? Ja, ich komm. Stell das Ding mal auf. Ähm. Halb, benutzen. Plopp. Komm her, Lina. Das Mädchen. Jetzt ist das Totem weg. Fuck. Okay. Oh. Ja. Achso, der unten. Ja, dann lass uns dann mal auf die andere Seite gehen. Äh, ja. Jetzt haben wir zwar dieses Ding losgetreten, aber... Jetzt hat dann doch nur das Tote-Teil weggebeamt. Oh, was ist denn da? Was ist denn da? Böse. Spinne, Fußsoldat, quellenbefleckte Ritter. Die sind giftig und mögen Gift und werden durch Gift geheilt. Crazy shit. Oh, dann mögen sie aber vielleicht kein Feuer. Genau. Oh, oh. Scheiße, ich kann doch nicht weit genug schießen. Oh, oh. Ja. Ich hab schon auf Feuer gedrückt. Verflucht. Na gut, ähm, du darfst mal wieder... Surprise. Na, lass mich laufen, bitte. Hm, 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 hm. Ja. Hi. Hello. Okay, ich check mal. Ja, ich seh's. Also die haben keine Feuerresistenz, diese Spinne. Der komische Grut, der hat Feuerresistenz. Ey, das ist kein Grut. Grut ist hübsch. Ja. Oh, wobei, der eine, der schaut ja wirklich grutig aus. Sag ich doch. Der da drüben. Hm, okay, also die Spinne hat zumindest keine Feuerresistenz. Das wird's jetzt auch zu spüren bekommen. Was hab ich denn geiles? Lauffeuer. Elementar, Schildkröte. Steigert die Elementarresistenzen. Klar, Schildkröte, Panzer. Da haben wir hier göttliches Licht. Status warm hervorrufen. Getroffen wirklich. Oh. Okay, so funktionierst du also. So nicht, wie ich das jetzt brauche. Leuchtkäfer. Feuerballen. Ich würde gerne Feuerballen machen. Ich kann aber nicht. Dann hier. Nick? Ja! Hallo, Nick! Äh! Er ist flankiert. Das stimmt. Ähm, ja, und ich lauf zwei Meter. Oh, die sind Stufe 18, ne? Äh, warte, da war das... Ja, die Spinne, der ist 17. Die anderen sind 17. Achso. Oh. Da wird's von der Spinne auf den Rest geschlossen. Hm. Oh, da hinten ist noch eine. Oh, shit. Ja, komm, als würde das Nick stören. Ja, das stört den Nick, Nick. Hä, ha, 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 ha. Das war ja synchron sogar. Ähm, hallo, ich weiß nicht, ob sie das wussten. Aber du bist dick. Ey. Ey. Was hast du denn? Ach, super, ich kann Giftzeug machen. Als würde das jetzt was bringen. Ich glaube, du hast deine Skills, äh, nicht geskillt, gewählt. Ja, meine Frau kann Erde, Gift und Wasser. Und ein bisschen Luft. Dann. Die mögen Erde und Gift, also kann ich das vielleicht knüpfen. Mach doch Wasser und dann machst du Luft und dann sind die hoffentlich alle pritzel, pritzel gestunt. Ich hab Erde und Feuer in der Hand. Okay, Erde muss ich schon mal gegen Luft tauschen. So. Wir versuchen eh viel zu wenig da mit solchen Elementen rumzutricksen. Das einzige, was wir hin und wieder mal machen, ist so ein bisschen Gift und dann Feuer draufhauen. Das muss lachen. Ja, du hättest schon vorher Wasser machen müssen. Dafür hatte ich die Punkte nicht. Also hab ich nur... Parasitenbefall, jawohl. Du hättest mir das nächste Teil in deinem Blut. Genau. Ähm. Ja, ich hau erst mal auf die Spinne drauf. Oh, weg. Ach ne, mach das andere Viech, weil ich komm mit der... Ja, und die Spinne ist die stärkste. Echt? Ja, klar. Die können ja hier so durch den Boden krabbeln und so ein ekliges Zeug machen. Spinnen sind eklig. Oh, ja. Gravitie krascht mich! Ach, nö. Haha, du bist nackig. Na, mal ernsthaft. Wenn du schwach bist und machst minus 50% Schaden. Hm, der ohne Waffe, kein Wunder, ne? Ja! Ja, ne, auch generell, das schwach macht, dass du minus 50% Schaden machst. Ja, schwach macht. Egal, ob du Waffe in der Hand hast oder nicht. Hm. Und jetzt hab ich keine Waffe in der Hand. Ja, das... Darauf wollte ich eigentlich nur hinaus. Aber du musst ja wieder klug scheißen. Lass mich in Ruhe. Klug scheißer, klug scheißer, klug scheißer. Was mach ich denn jetzt? Das ist überall Gift. Niemand mag Gift. Ja, keine Ahnung. Schmeiß ne Granate hin. Hast ne Schriftrolle einstecken, die... Okay, Granate. ... die Schlümpfe tanzen lässt. Was weißt du nicht? Ich lass auch nicht Schlümpfe... Du hast dein Explos... Skeletor... 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 Okay, dem Kurschen Ritter hat's halt mal gar nichts gemacht. Sorry, Nick, aber du stehst mittendrin. Das tut er wirklich. Ja, der wird jetzt auch voll erwischt. Spinne gekillt. Jo, Nick hat's nicht so ganz gestört. Na dann. Erzähl doch mal ein bisschen, was du machst, Mensch. Granaden. Mehr Granaden. Huck ich da und warte und nix passiert. Granaden. Cocktail. Oh, fuck. Aua. Then pain. Ich wollte... Ich hab'n Molitov-Mol... Melitov-Cocktail. Ja, ein Melitov-Cocktail. Der Melitov-Cocktail hat mir wehgetan. Das tut mir leid. Ich kann noch ne Granate schmeißen. Was hab' ich denn noch schönes anstecken? Könntest du mal Regen denn machen? Regen machen oder so. Chemische Reaktion, die Wasserschaden macht und einfriert. Oh ja, ich bin für kalt. Oh ja, das ist gut. Aber ich seh' nix. Ich mach' trotzdem ein bisschen kalt. Ja. Einfach mal rein. Hat schon mal nicht funktioniert. Ja, ist egal. Ich hab' die Spinne gekillt. So. Ich muss ja weg. Du bist schwach und giftig. Ja, ich hab' jetzt definitiv mal ja nichts in der Hand. 150. Du schaust, nee, kann ich, kann ich nicht. I can't snort auswrest. Ich schmeiß' einfach Granaten. Kann ich das denn überhaupt zu weit? Oder du wartest, bis die Leute wieder ein bisschen näher kommen. Dann kannst du Granaten schmeißen. Ich möchte meinen Nick nicht kaputt machen. Dann gib einfach die Runde weiter. Hab' ich schon. Und fall' um, fall' um. Ach, verflucht. Dotti, so. Kannst du überhaupt so weit schießen? Wahrscheinlich nicht, ne? Wahrscheinlich ist da Rauch und sie sieht nix. Meine Theorie. Ziel ist unfucking sichtbar. Scheiße. Kannst du dann mal, kannst du dann mal Regen machen? Kann ich dann machen, aber... Boah, kann ich dann machen. Und dann können sie blitzen. Dann sind sie vielleicht gestunt. Kann ich nicht, weil ich hab' nur noch drei. Jetzt muss ja nicht alles die Lina machen. Hallo, Nico. Jetzt mach' ich halt das Eis anti-eisig, ne? Ziel ist unsichtbar. Ernsthaft? Die Spille steht vor dir. Echt jetzt? Der kann nicht hauen? Jetzt, ja. Bats. Nochmal, komm, bitte, bitte, bitte. Nein. Okay. Au. Ja, dankeschön. Heilt ihn. Kinder. Ja, ihr Schmaden. Ich bin dran. Jo. Und was mach' ich denn als Schönes? Du könntest da hinfetzen und schlagen anfangen. Ja, das Problem ist, die sind immer noch im Rauch und ich seh' nix. So, du kannst ja trotzdem laufen. What? You know? Move your ass, bitch. Dein Ass doch selber. Ich bin nicht dran. The dead walker Mothis. The dead walker Mothis. Ja. Der ist so putzig mit seinem kleinen Metzgermesser oder was der da in der Hand hat. Mh, das ist voll süß. Hm. Mal schauen, was ich so Schönes schmeißen kann. Oh, ich hab' noch einen Molli-Molli-Cocktail in der Hand. Melitov. Ja, Mann. Ach, das andere Viecher ist so weit weg. Ich glaub', ich geh' noch eins. Ich geh' noch ein Schrittchen. Das sind zwei. Ich darf mal ein Schrittchen. Gut, Bitch. Da. Uh, besser, das sind so wirklich beide. Bam. Was? So, Mr. T. So, warte mal, wie lang ist der noch? Noch ne Runde. Der ist noch ne Runde schwach. So, aber ich kann. Ein bisschen was schubsen hier. Und eine vernecktende Faust. Eine vernecktende Faust? Eine vernecktende Faust. Oh, wow. Das war jetzt auf einmal viel Schaden. Der Nick ist halt tot. Oh. Diese blöde Quellen gefickte Retter oder so. Den hat's grad geheilt. Ja, die sind wahrscheinlich alle scharf auf Gift. Ja, das war aber kein Gift. Aber jetzt ist er vergistet, also. Ach, ah ja. Jetzt ja. Eine Insel? Hm. Stehst du auf Explosion? Nicht. Das find' ich okay. Ihr Kinderlein. Die wollen nicht gestunnt werden. Penner. Ja. Du, geh da hin und hau hin. Jawohl. Mach was gescheits. Arsch! Mit Ohren! Hey, hör auf dich zu bewegen, so kann ich dich nicht anklicken. Tix. Nicht wegrennen. Was ist doch immer du gemacht hast. Du bist dumm. Ja. Schau mal drauf. Bitte. Aber ich kann dich spinnen nicht anwissieren. Ah, jetzt. Ja. Achso, ah, jetzt hab ich nicht mehr genügend zu... Ah. Ah. Ah, 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 ah. Do something, dammit! Wo ist denn mein Jumpy-Jump? Jumpy-Jump? Achso, dann hab ich nur drei Punkte übrig. Ja, das ist blöd. P-L-Ö-T. Ha! Ja, blöd mit. Mhm. Genauso kurz geschrieben. Natürlich, hab's da grad vorbuchstabiert. Ja, Mann. Hi, hi, hi. Was mach ich denn? Schönes... Schmeiß da mal eine Giftgranate rein, dass der Nick noch ein bisschen lebt. Ja, aber das würde die anderen... Hm. Ziel ist blockiert am Arsch. Ja, da vielleicht auch. Ich möchte mich da jetzt aber hinbeamen. Ich will da hinbeamen. Das ist aber nicht! Ziel ist blockiert. Warum? Die Zeit hat sich hier verfolgen. Hi. Hallo. Hi, ich bin Lindsay Lohan. So, Mr. T, du kannst ja doch jetzt hoffentlich endlich mal wieder was anziehen. Ja, jetzt bist du angeblich nicht mehr schwach. So, rüstet. Und? Das hat jetzt wahrscheinlich alle Aktionspunkte gekostet, die du hattest. Tatsächlich halt. Aber ich hatte doch voll viel. Offensichtlich nicht genug. Alter Schwede, was hat denn das gekostet jetzt? Sechs. Ausrüsten. Ja, Waffe, Rüstung. Kann auch nichts mehr essen. Ja, ich hab jetzt doch tatsächlich nur noch einen. Gut, dann lauf ich da hin. Und mitten auf den kleinen Feuerfleck, der da noch ist. Der übrigens dicht vom Regen erwischt wird. Was ist denn das für ein scheiß Regen? Ich weiß auch nicht. Ich kann nichts mehr für. Oh, boom, Alter. Jetzt hat die Spinne sich jetzt selber auch umge... Achso, nein, die ist weggegangen. Nee, leider nicht. Ich kotze dich erst mal voll. Boah, du kotzt mich an. Ja. Und jetzt hängt sie hier im Boot? Nein. Hä? Nein, die ist wieder zurückgegangen. Bitteschön. Ich bin mal verdammt. Hi, nass, 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 nass. Kritischer Treffer. Treff-Waffar. Ha, 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 ha. Genau. What? Oh, bam. Ah, du bist blind. Mit seiner dicken Popeye-Oberarm-Kreppenmanschette oder was auch immer der da anhat. Mhm. Läuft jetzt wieder her, oder? Ey, warum wurde ich nach hinten geschoben? Was ist das für eine Scheiße? Ja, weil ich mich endlich mal ausrüsten muss. Blutratte. Selber? Oh nein, da ist irgendwas. Das sind kleine Viecher. Blutspinnen und Blutratten. Kleine Bärviecher. Bärviecher. Sind wohl aus der Spinne gekommen. Ach so. Direkt neben dem grünen Ritter. Hau mal nahe. Nah, I cannot. Wir essen dann als nächstes dran, du. Ich würde doch keine Zombies segnen. Oh nein. Arsch mit Ohren. Schau da, eine Gante, die dich jetzt beißt und 116 Schaden macht. Wow. What the fuck? Die ist aber gleich tot. Süßes Cut. Arm. Na komm schon, jetzt machen wir mal kaputt. Ja. Dein Schaden öffnet, um dich zu willkommen zu willkommen zu. Super, jetzt bin ich giftig. Ja, ha. Hey, lasst mal in Ruhe, ihr Penner. Es sind ja richtig viele sogar. Ja, es sind ja drei oder so. Infizieren brauche ich ja nix. Irgendwie. Oh, da hinten. Ey, von hinten kommen nochmal zwei Fußsoldaten. Oh ja. Hä? Kommt denn der von mir her. Schnell weg. Ja, dann wende ich mich. Ich drehe mich um. So. Ja, mach doch mal lieber diese kleinen Blutratten. Wenn du die triffst, kriegst die hier wahrscheinlich alle tot drei nach. Die mögen Wasser, Erde und Gift. Schande, Alter. Ja, das war eine gute Idee. Jetzt auf einmal, Mensch. Die ganze Zeit ist es hier schon nass. Tja. Ja. Ja, Arschloch. Nutzt es halt aus. Die mögen kein Feuer. Wir müssen die befeuern. Ich bin leider gestunt. Ansonsten wäre ich Fireworks-Man. Ja, ich weiß jetzt nicht, in welche Richtung ich gehen soll. Gehe ich nach hinten, wo die zwei Viecher sind? Oder gehe ich dem anderen Viech nach? Nö, lass das doch da hinten. Ach so, du mit deiner Scarlett. Ja. Ne, bleib mal hier in der Nähe und schau erst mal, was der macht. Das scheint so, als würde der eine hier auch irgendwie so einen kleinen Umweg laufen wollen. Mein, ach so, mein Zombie ist noch da. Ja, der eine läuft einen Umweg, der andere, keine Ahnung. Jetzt muss ich gucken. Scheiße, der steht mitten im Gebritzel drin. Dann will ich da nicht hin. Bist du noch in der Reichweite? Uh, bist du. Ah. Ah. Und da bin ich wieder. Servus. Das ist was die Spinden machen im Endeffekt. Betäubt, betäubt, betäubt. Ja, alles, alles betäubt. Ja, was die Spinnen machen. Bloß, dass ich nicht durch die Erde gehe, sondern durch die Luft. Hm. Joa, das war's schon wieder. Watsch. Hör auf, das tut weh. Kannst du mich heilen, ey? Ähm, ich hab, ich wollt den... Ja, ich heil dich lieber, bevor ich da wieder hinhau und... Mhm. Deswegen hat sie die Skills. Wann doch so still. Ja, das gefällt mir nicht. Du hast das Spiel kaputt gemacht. Speicher mal, bitte. Danke. Wow, Barts. Penner da hinten. Hm. Ah, ich bin schon wieder dran. Mein Zombie ist tot. Ja, na gut, man lebt ja nicht ewig. Ewig. Oh, shit. Ja, wo willst du den jetzt hinschicken? Das weiß ich noch nicht. Obwohl, ich mein, vielleicht bist du zu dem dahinter. Ja, mhm. Ähm. Ist mal ein Keks. Die schubst ich mal dran. Ah, der Strom ist weg. Geil. Aber er ist jetzt gestromt. Ha, ich hab ihn nämlich ins Strom geschubst. Da, 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 da. Da, 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 da. Da, 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 da. Jetzt bist du wieder betäubt. Ach, nö. Was ist denn das für eine Dumpfbacke? Wer verpasst wieder hier? Die ganze Party. Ähm, in der... Die Dotti wird bald von hinten angegriffen. Wo? Wollte ich noch nicht. Boah, diese Stille ist fei. Ja, ist komisch. Wir müssen dann das Spiel nochmal neu starten. Wenn wir hier durch sind mit dem Kampf. Ja. Hö. Ist der gerade umgefallen? Der ist gestolpert, ja. Yay. So, und du, mein Freund. Boah, geil. Ich komm bis zu dem dahinter. Lauf. Hallo. Du. Kannst du jetzt auch noch sprengen? Ja, natürlich. Ich hab sogar noch drei Punkte. Cool. Wart, Alter. Bam. Wow. Und burned. Cool. Ja. Awesome. Dann hat er ja mal doch was gebracht. Ja. Ey, wo kommst du noch von her? Ich hab gedacht, du machst einen Umweg. Stimmt. Mach dir doch keinen Umweg. Wie komm ich denn jetzt am schnellsten zu dir? Beamen kann ich mich leider noch nicht. Laufen könnte ich. Und ich hätte immer noch Punkte übrig, um dich zu hauen. Du, stark. Stark. Mach mich nicht nach, sonst komm ich zu dir und hau dich. So. Ja, komm nachher. Ey. Das ist ein Roundhouse-Kick. Ja. Das darf auch mal tun. Hau ihn. Hau ihn. Hau ihn. Schnitt. Warte mal. Habe ich auch einen Schnitt zufällig einstecken? Ja. Schnitt und Luft. Kriegst du einen Luft-Schnitt? Oh, du hast Nanu verkrüppelt. Stark. Ja, stark bin ich. Mhm. C'est moi. Das war's schon wieder. Mhm. Ich hau lieber nicht auf den Ritter, weil sonst bist du wieder gestunnt. Ja, stimmt. Hier ist noch ein bisschen Flüssigkeit. Ein bisschen? Ja, ein bisschen. Oh oh. Au! Was du auch immer getan hast, das tat weh. Das finde ich nicht nett. Ich kann mich nicht entscheiden, wenn ich jetzt zuerst hau. Ja, der, der vor dir steht. Es stehen zwei vor mir. Der, der am wenigsten Leben hat. Ich stirb. Super. Jetzt stinkts hier. Ja. Darfst halt nicht immer so pupsen. Echt jetzt? Ja, echt jetzt. So. Du bist kaputt. Komm endlich zu mir. Du läufst in die falsche Richtung. Ja, ich laufe um diese komische Giftwolke rum. Ach so. Ich warte mal, der verfehlt nie. Ich verfehle auch nie. Au oh. Hm. Na komm schon jetzt. Jeder darf nochmal. Ich hab nicht genügend Aktionspunkte. Manchmal hab ich genügend, manchmal nicht. Grad hatte ich nicht genügend. Jetzt komm. Oh. Oh, fuck. Das macht Gift. Hoppla. Ähm. Ähm. Gebot. Was muss da sein, da für euch? Nöööö. Okay, ähm. Machen wir mal schnell hier Schluss. Die Folge ist eh fast zu Ende. Dass wir hier mal wieder Ton haben. Äh, ja. Du hast gespeichert. Ich drück einfach nochmal drauf. Gut. Gut, dann erstmal Dankeschön fürs Zugucken. Und tschüssi. Tschüss. Tschüss. Tschüss.